Das ist der einzige Wunschgedanke, den wir ganz klar formulieren können. Wir wollen Frauen und wie kriegen wir die Frauen, das wissen wir nicht, wir haben keine Ahnung. Männer sind, was Frauen angeht, mit Blindheit geschlagen. Sie hupen, wenn sie im Auto sitzen und eine Frau vorbeigeht oder sie pfeifen vom Baugerüst runter. Da kann sich ein Mann fabelhaft ausdrücken. Im Auto sitzen und hupen, da sind wir spitze. Erlebt haben Sie das sicher schon. Was ist das? Wir stehen an der Ampel, eine Frau läuft vorm Wagen vorbei und wir hupen. Wir machen So ein Mann ist spätpuppertier und schwachsinnig. Hey, Süße. Schade, die magt mich nicht.